Moin, ich bin Jonathan Wulck, 21-jähriger Physikstudent aus Heikendorf und ich kandidiere für den Kreistag im Wahlkreis Upsley-Ost. Das Schönste am Kreis Plö ist für mich die einzigartige Landschaft, aber das maritime Wetter und die offenen Menschen sind gute Bonusagumente. Als politisches Vorbild würde ich am ehesten Marcus Tullius Cicero bezeichnen, der als liberaler Demokrat bis zuletzt im alten Rom die Demokratie verteidigt hat. Man sollte mich wählen und andere Julis, wenn man im Kreis Plön eine moderne, wissenschaftlich orientierte und frische Kommunalpolitik haben möchte.